Ich bitte dich inständig in Jesu mächtigen Namen nur auf Jesus jetzt zu schauen. Nicht mehr auf deine Umstände, auf deine Probleme, auf das, was dich niederreißen will, schaust du nicht, sondern ganz allein auf den Herrn. Fokus auf Jesus. Wenn du das schaffst, dann kannst du über Wasser laufen, über deine Probleme und Umstände hinweg, direkt auf Jesus zu. Er ist da. Behalte den Fokus auf Jesus. Dann wirst du ankommen ans Ziel und das wird leicht sein, weil du gehst über Wasser und versinkst nicht mehr in den Wellen. Amen.